Wie geht es darum, die Wirtschaft zu stärken, damit mehr Arbeitsplätze entstehen, und zwar gute Arbeitsplätze, von denen man auch leben kann. Ich setze mich für einen Mindestlohn ein und ich will, dass es hier im Land bei uns sozial gerecht zugeht. Deshalb unterstützen wir die Kitas und sorgen dafür, dass Kinder von Anfang an gute Chancen haben, ihre Begabungen zu entwickeln. Und deshalb sage ich, dafür steht die SPD, dafür stehe ich als Ministerpräsident und deshalb am 4. September beide Stimmen für die SPD.